weißt du wirst du sagst? Nein! Nein! Jo leute was geht und herzlich willkommen auf dem Kanal Girls mit Genital unser Kanal geht an da leute und ey guck mal wie ihr das Pies machen wenn ihr nur einen Finger habt so heute mal eine kleine Challenge Leute heute werden wir mal mit den Tempestas in die Military Base reinfahren und gucken jetzt wer länger überlebt ich hoffe mal das wird jetzt nicht so eine Stunde dauern wir haben beide gleiche Karre ungefähr gleich aufgetunet und dann lass mal starten 2 1 los hinten ist ja dieses Kackfenster ist halt absolut zum Schießen gut gut ey ich hab absolut guten Plan glaub ich ja ich bin auch gerechtsabliegen oh nein ich dachte nur das kann Schussi reifen PANZER ich bin fast in die Panzerin gefahren oh fuck warte mal wo ist der Panzer jetzt denn? oh die Sonne ist halt so anstrengend bei dir ist der Panzer irgendwo genau ich sind aber zwei Leute drin ich sind aber mit zwei Leuten mit drin alle die waren oh hier ist der Panzer zwei Panzer zwei Panzer bei mir sehr geil guck mal jetzt sind alle hier ich verpisse mich jetzt hier von der Landebahn hast du hier viel zu tun oh man miese Zeit und dann so ein bisschen scheiß ich hab mich grad in den Zau reingeklitscht ist das eklig hier unten sind da echt immischte Soldaten Alter ich steig wieder um es wird nicht zu viel hier oh nein 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 bitte passt zu dir bitte passt zu dir oh nein 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 da sind vor mir drei Panzer Feedback oh was die sehen mich nicht oh was wie knapp Digga paul eubel easy die komischen random Typen die die helfen ja gefilmt alright die wir helfen hä was in uuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh auge Digga woят wo wir ihn immer töten sag die Mausbarnik mit vier Stlarını Marcus im 2 Militärpersten äh zwei Sekunden 2 Sekunden, 2 Meter von mir entfernt hätte der Kanzer geschossen, oder? Hä? Ey du Mongo Ich dachte, du bist ja weggeflogen Ja, ich denke jetzt auch nach links, das ist echt ein bisschen angestrengt Oh nein! Oh nein! Pfff! Oh! Ich bin ungefähr fast geworden Scheiße, ich überschlage mich, ich überschlage mich, ich überschlage mich Nein, nein, das ist der Eingang, das ist der Eingang Oh nein, nein, ich bin amarscht Ich bin amarscht Nein, 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 du fast tot Jetzt ruf ich lister aber weiter Was, du ruf ich lister? Nein, nein! Ich bin gerade hängen geblieben an der Schranke, ganz in dem Panzerstadt hinter mir, hab ich einfach nur angeguckt. Du musst jetzt nur deine Autos langsam kaputt gehen. Digga meins ist noch absolut unbeschädigt. Zumindest zum... Zum... Also meins ist halt noch ein Licht an. Alter, du bist da draußen, Alter. Nein. Ich bin in der Militärbasis hinten im Hangar. Was hast du da? Ja, mich verstecken, weil ich Angst hab. Du musst einfach nur auf die Parkplätze und so fahren. Das ist gut. Ohne Witz, du bist draußen, du weißt, ich wein. Nein! Der Panzer hat mich, der Panzer hat mich. Der Panzer hat mich mit einen Schuss geholt. Ich bin so in die Richtung von dem gefahren. Du hast da draußen, ohne Witz, das ist ja ohne Witz. Was gehst du draußen? Ich bin einfach... Fünken, bevor er explodiert und du hast aber weiter geredet und ich hab dich gemerkt. Was? Du bist schon verextruktiert und du bist kaputt. Du hast gewonnen. Junge, wuuu! Ich bin dafür schon von lange vorher gestorben. Ja, so Leute, das war's mit diesem Video. Wär echt lustig, wenn es geklappt hätte, dass ich nochmal reinfahre. Lass auf jeden Fall ein Like da und ein Abo und Timo schwul.